Jungs, wir sind gerade auf dem Weg, den Phantombogen zu holen, sind bereits im Fahrstuhl zu dritt. Der Mars Mars ist dabei, der Finn ist dabei und jetzt... Okay. Warum lebe ich noch? Hab ich ganz gut Glück? Lebst du noch? Lebst du noch? Warte, warte, warte. Oh, wir haben übelst Glück. Ja, dreimal an, aus. Was heißt, du lebst noch, ne? Ja. Yay, Mars Mars. Oh, jetzt nochmal. Oh, Andy weg. Handy weg. Okay. Und wo liegt der Bogen? Ach, schwebt der da? Boah, das ist der Bogen. Äh, ich muss mir den dann nehmen, ne? Ja, ja, muss man den nehmen. Einfach auch mit E, ganz normal. Ja. 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 Oh, boh, 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 boh. Und, und? Ich muss hier noch den Dings hoch, komm mal hier mit. Da habe ich den Bogen meine Höhe. Ich muss hier noch hoch und so einen Zettel dir ab und muss darauf springen. Ja, und wie nehme ich mir so einen Zettel bitte? Ja, das ist das nähere Male. Du musst einfach hier so hoch. Warte, gehen wir zur Seite. Ja, und dann darauf, und den Zettel akzeptieren. Muss dich draufstellen. Und dann die... Hast du angenommen? Ja. Ja. So, guck mal, und hier ist dann noch, ey, das DICE-Logo, ne? DICE-L, ey. Also schick gemacht, also das mit dem, äh, fand ich jetzt wirklich genial. So, jetzt habe ich auch jetzt meinen Bogen... Ey, spät uns ein, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm. Alter, da wollte ich schon zu machen. 19 Pfeile plus einen habe ich jetzt. Ja, komm, geh mehr. Komm, mach mal, komm. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden dafür, dass wir jetzt die... den Teil haben. Und die schöne Musik. Gut, Fynn, ich sage auch dann mal, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal ein paar Runden mit dem Bogen spielen. Fynn hat das Schlusswort und dann tschüss. Ja, also tschüss und immer schön abonnieren und followen und was sonst alles geht.